hallo und willkommen zu einer weiteren folge minecraft kassel sammelt kerze und jahres ich habe eben zwei wunderschöne loot chests gefunden okay jetzt was ich da schönes rausgekommen eine axt die kacke ist richtig kacke ist leicht schlecht schlecht super schlecht hallo richtig schlechte schaufel wir haben schon alle alles sehr gut so ich jetzt einmal jan und die katze ärgert das macht nichts richtig ja halt ruhig stehen bis es wieder aufgeladen ist okay hatten wir die ersten gehen immer weiter katze ich bin inzwischen bei blau angekommen grüner bin ich schon grün bin ich schon durch war nicht weit genug aufgeladen gleich wärst du zu einem eisblock geworden kannst du mich denn auch so durch die gegend schieben naja aber ich kann nicht töten weil du da nicht mehr weg laufen kannst willst du jetzt noch umschieben so ich gehe mal zur katze guck mal was die herrschaften da so nett ist am machen was ich cool finde er ließ euch jetzt leute wir haben fetten trolle danke für die zettel nein böse manno einfach manno oh nicht traurig sein halt dein maul so nicht gemein sein ich glaube ich schmeißen die auch nochmal im ms in e system in der christ mittlerweile wieder abgeben wenn wir konkrete abgeben genau das mache ich mal eben kurz also aber chance gibt nicht öffnen weiß bescheiden er gut er war was bekommen wir denn das ist ein gold koin ja mein wegen vielen dank hierfür könnten wir auch noch jetzt gekommen wenn ich nicht nett und mein illuminati wird jetzt wieder ready ja das ist ja krass ne vielen dank dafür wie viele quest haben wir gemacht haben auf jeden fall einige sachen ja da wird die ganze scheiße auch noch eins im e-satz dem räumen oh ich hab ne chest bekommen ja nice ich hab ne chest da rausgekommen das ist super nice daraus bekomme ich schuhe samurai boots boah ich krieg ja tausende kisten die münzen auch weil da alle einfach rein ja ja das ist für ein kelch das ist für ein kelch ja du hast ein kelch gekriegt das ist auch mal ja und endlich wasser ja das ist in der quest als abgabe immer noch kein manning immer noch kein manning immer noch kein manning so ne kange und dann geh mal grad zur katze und zeig ihm was ich nettes mitgemacht hab für ihn ja das ist irgendwo ein troll gespawnt ja wo ist der eingang Hallo, jemand zu Hause? Da ist ein riesiges Loch in der Decke, du Baum Hier ist ein riesiges Loch Wo? Wie, wo? Flieg mal nach oben Wo nach oben? Ja, ganz nach oben, von unserem Haus aus Oh Das habe ich nicht gesehen, du Noll Katze, ich habe was, was dir helfen wird Was hilft mir denn, Early? Guck mal, dich hier Beide, wir müssen woanders blozieren Dann kommt der Satz zur Geltung Lauf dagegen Was passiert mit Mobs? So wie mit Items Weil du mit Items drauf wirst Kannst du das perfekt als Fahrstuhl benutzen Wie viel haben wir davon? 150 Ich kann easy noch mehr holen, wie behindert in Aether Gut Das ist wirklich hilfreich, faszinierend Das ist wirklich noch eine Lösung von den Sachen, die ich gebraucht habe Brauchst du Soll ich dir die hier lassen schon? Ähm, ich habe keinen Platz im Inventar Aber ich mache was frei Kannst du dir auch in so einem E-Packen Findest du unter Cloud Die blaue Ja, okay Ja, ich nehme aber nochmal drei mit Ich habe gerade noch einen anderen Auftrag Bitte nicht mich töten Das ist kein Auftrag, das ist eine Lebensaufgabe Oh Ne, das funktioniert nicht Ich habe es auch schon ausprobiert Ich habe so viele Goldcoins Boah, ich habe einen Castumbrick bekommen Wie krass, Alter Das Illuminati-Pad fände ich schon nice eigentlich So, wisst ihr, was wir jetzt noch machen, Leute? Wir öffnen jetzt noch Pack den Equestrum weg, ich schmue Äh, wir öffnen jetzt noch Dingen sind's Aber wer weint er mich gerade daran Was Gimpel Das fucking Stack Und unser Questbücher dabei hatte, ne? Oh Wie kann der denn Stack von unserem Questbuch dabei haben? Hat er ja doch Wir hatten doch gar keinen mehr im MME-System Weil er alle drei hatte Stimmt Gibt es hier irgendwas Nettes? Ich Wie in mein Leben gerade Wenn das da ist Ich wollte gerade sagen Jan ist doch eigentlich ganz nett, ne? Den könnten wir umbringen Oh mein Gott Oh mein Gott Leute, guckt den Reworkshop! Was ist denn los mit mir? Mending Booth ist mein Schiff Gibt die Quest ab und gibt dir das Kind Äh Was ist denn los mit mir? Warum habe ich das nicht von Anfang an gemacht? Wow Oh, neun Level, Allah Drei Level wollen wir noch Allah, gib mir Mobs, Allah Wo war der Eingang? Alter, wenn wir jetzt die Chessmade bei dem Versuch Noch drei Level zusammen zu bekommen Kaputt gehen, dann weine ich Zieh sie doch aus in der Zeit, du Baum Was? Zieh sie doch aus in der Zeit Ne, dann sterbe ich Ja, dann nimm doch eine andere aus dem System Wir haben tausende Level sieben Level neun Oh fuck Gut, dann lassen wir es doch sein Oh, war das Club Allah Noch einer durchgekommen? Keine Ahnung Ich verpiss mich jetzt ganz schnell Diese kleinen kurzen Mobfarm Ne, hat so viel Schaden gemacht Uiuiuiuiui Warum bin ich Idiot da nicht schon früher draufgekommen, ne? Meinst du auf den Rewardshop? Ja Weil wegen Vollidiot? Ah Ah Sie repariert sich Das ist schön Wollen nur noch Hi Kann man die wieder neu machen? Ne, ne? Jan Gib mir mal dein Mendingbuch Warum? Weil ich das brauche nicht über das Schwert Ach du Was kriege ich dafür? Erpes Ja Flieg nicht Das Pokémon E-System Early Denkst du, ich werde mein Early-Buch mit dir teilen, genau Dankeschön Ja, dein Early-Buch kannst du gerne mit mir teilen Das ist eben Doch auch nur neun Level, aller Buddy ist mein Leben Ich geh nochmal runter Hast du dir jetzt die ganzen Münzen mit? Ja Willst du die gleich einlösen? Dann können wir Lootboxen öffnen Yes Ja Kommen sie mal bitte mit Sie müssen hier runter, bitte Was? Nimm mal den Zombie hier Oh, der einfach weiterläuft Okay Don't give a fuck Dann werfe ich dich halt runter Oh wow Er ist wieder genau an der einzigen Stelle, wo es Ja, ja Okay Doch, der fliegt genauso hoch wie Spieler Der schlägt mich Oh fuck Ah ne, nicht ganz so hoch Oh fuck, du das Viele Nicht ganz so hoch wie Spieler Der kriegt jedes Mal Schaden Wenn er unten wieder aufkommt Mhmm Dann wäre die Killmethode mit dabei eigentlich Ja, aber der droppt doch keinen Loot, oder? Oder XP Oder hat er gerade? Naja, hier liegt halt schon ein bisschen was an Loot und XP und so Zeug So Wolltest du mich gerade damit abwerfen? Genau, ich wollte dich mit meinem Loot, mit meinem wertvollen Loot abwerfen Ja, fährt voll Loot, Cobblestone, Erde Was bist du eigentlich für ein abgehobener kleiner Bastard, ey? Au Will hier jemand eingefroren werden? Nein, will ich nicht Aua, bitte nicht Ich bin ein schlechter Eisblock, ich stinke Das ist ein Stinkblock Au Okay Hast du wieder hier Bäume oder sowas? Ich finde unser Haus an, wenn es sein muss Nur damit du stirbst Okay Man muss Prioritäten setzen Alla, wie die sich hier alle gegenseitig bekämpfen Ne, das ärg ich nicht nochmal Was hab ich eigentlich für einen Bogen? Ach, das ist eine Power 3 drauf Ich will mir doch schon längst einen neueren machen Besseren Juckt mich alles nicht, Alla Hier sind 20 Zombies Skledder, Alla Und ich steh mit drin Jan, ich brauch Redstone Jawohl, Meister Bitte nicht schlagen, Meister Wie viel? So viel, wie du finden kannst Also wirklich viel Oh, ja, da muss ich nochmal kurz Und Cobblestone baue ich auch Oh Jetzt bist du jetzt selbst oben Ja, ich bin natürlich oben Ich hab dir nur gesagt, was ich brauch Ja, warte Ich leg's wieder rein Da Dann kommt's weg Was macht Der Anzion Okay Viel Spaß Skelett Da, wo du auch da machst Ja, Leute Letztere Minute hab ich meine Hose auf jeden Fall gerettet Du sagst, im Questbuch gibt's einen Rewardshop Ein Mendingbuch Ja Ja Ja, ist das auch repeatable dann, oder? Ne Nur einmalig Es gibt auch noch Hypermending Was gibt es? Hypermending Hab ich mir jetzt gerade geholt Was ist Hypermending? Keine Ahnung, aber Unstable Oh wow Okay Ich hab jetzt ein Unstable Buch dafür bekommen Die Quest heißt Hypermable Abel Hypermending Dankeschön Alter Das ist halt wirklich nochmal Wie viele Mobs gespawnt Ne Das ist echt krank Goodbye Have a great time Hallo Wolfi Und nach oben Oh, Leute Ich würde sagen Wir sind jetzt am Ende angekommen Wenn ihr die Folge gefallen habt Lasst super gerne ein Däumchen da oben da Wir sind in der nächsten Folge wieder Da werden wir hingehen Und Dingens Bücher Der Dingens Rewards Dinger öffnen Und dann Halleluja, Alter Bin ich fucking glücklich Ja Ich habe es einfach geredet, Alter Ja, Leute Danke, dass ihr zugeschaltet habt Danke, dass ihr eingeschaltet habt So rum Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin, Leute Hau da reden Tudelidu Throw your cranes out Und am Süden Und chainstheen Auf Wiedersehen Tudelidu -